Hallo zusammen, es ist Montagabend, der 16. November und wenn ich diesen Film anfange, haben wir 17.55 Uhr. Das ist einmal ein Folgefilm und zwar über Bayer. Ich habe den letzten gemacht vor ungefähr zwei Monaten im September und da tut sich momentan einiges und das wollte ich mal hier zeigen. Ich befinde mich auf dem Tool von der Unicredit, Hypovereinsbank OneMarkets und vor euch liegt der 5-Jahres-Chart, so wie ich das immer mache. Bayer, man soll es kaum glauben, waren tatsächlich mal um die 130 rum. Das ist jetzt schon eine ganze Zeit lang her, aber mir geht es hier in diesem Film um diesen Trendkanal, den sie perfekt ausgefüllt hat. Ich hole den Chart mal ein bisschen näher her. Ja, eine schlechte Nachricht nacheinander jagt die Bayer immer wieder irgendwo in Richtung Süden. Da sind jetzt eine ganze Menge schlechte Nachrichten raus. Ich glaube, irgendwann kommt oftmals bei einer Aktie der Punkt, wo es sagt, okay, wir wissen, dass es schlecht ist, es reicht langsam. Und ich habe den Eindruck, wir sind jetzt da dabei. Ich bin der Meinung, dass Bayer hier an diesem Punkt einen Boden gebildet hat, der für längere Zeit Bestand haben sollte. Wir haben ganz genau auf diesen Trendkanal aufgesetzt. Wir sind sogar während der Börse ein kleines bisschen unter die 40 gerutscht, aber das ist nicht weiter schlimm. Seitdem, das ist jetzt hier, ich mache mal das Fadenkreuz rein, das ist jetzt hier der 30.10. Und wir haben heute den 16.11. seitdem hat Bayer eine wirklich stabile, ordentliche Rallye hingelegt, von heute über 49. Also 9,20 Euro gestiegen. Das ist erstaunlich. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Jetzt neige ich dazu zu sagen, dass man ein bisschen aufpassen muss, kurzfristig. Weil wir haben hier zum einen einen sogenannten Shooting Star. Es ist völlig egal, wenn der hier unten noch einen kleinen Schnippel dran hat, das ist nicht weiter schlimm. Die Psychologie dahinter ist, irgendwann kauft man vielleicht ein bisschen was und dann, oh, das ist zu schnell gestiegen. Ich gebe mal meine Longs und dann, oh, ich fange mal an Shorts zu gehen. Siehst du, richtig erwischt. Und dann knallt das Ding weiter nach oben und weiter nach oben und irgendwann werden diese Shorts rausgetrieben. Und das ist dann ein Zeichen von entweder einem Shooting Star oder einem Inverted Umbrella Doji. Wir haben weiterhin dieses Niveau, was wir momentan hier heute umkämpft haben, das haben wir bereits hier gesehen. Bei diesem ganz großen Gap, was war am 30.09., wir sind sogar wieder in dieses Gap eingetaucht. Ja, das geht bis hier oben hin, aber wir haben es nicht geschafft und wir haben es im Schlusskurs nicht verteidigt in Verbindung mit einem Inverted Umbrella Doji oder Shooting Star. Ich bekomme über den Trendfolger MRCD Verkaufssignale lang, kurz, kurz. Das sind keine Morsezeichen, sondern einfach, wenn das Histogramm kürzer wird, geht das Momentum raus aus dieser Aktie. Ja, dann wird die Trendfolge weicher. Das ist also für mich negativ zu werten. Wir sind von der Stochastik her, dem Oszillator, sind wir zwar hoch, wir kreuzen sogar diese beiden Linien. Hier kreuzen sich, aber das ist für mich noch nicht das Verkaufssignal. Das kommt erst unter 80. Das würde kommen, wenn wir diese drei Kerzen hier, und das ist bei 46,93 unterbieten, dann kommt das. Idealerweise relativ schnell. Das heißt, alle Vorzeichen, die momentan die Aktie hat, sind kurzfristig. Corona hin oder her, Trump hin oder her, sind eher negativ. Deswegen möchte ich hier also nicht zu einem kolossalen Short aufrufen, das wäre falsch. Ich möchte Sie einfach nur dahingehend sensibilisieren, dass meines Erachtens nach durch das Ausfüllen von diesem Trendkanal die Aktie einen längerfristigen Boden bildet. Ich sehe sie tendenziell eher in dem Bereich von 58, als in dem Bereich von erneut 40. Kurzfristig, damit meine ich die nächsten drei bis fünf Handelstage, rechne ich allerdings damit, dass nochmal, wir haben den Shootingstar, wir haben hier ein noch nicht fertiges Verkaufssignal, aber das ist auf jeden Fall zu beobachten. Und wir haben hier ein Verkaufssignal. Vor diesem Hintergrund rechne ich damit, dass wir tendenziell eher nochmal in Richtung 20-Tage-Linie gehen. Heute steht die bei 43,80 und sie steigt pro Tag um 20 Cent. Also die wird sich hier langsam hoch bewerten und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Wert nochmal kurz da drauf geht. Allerdings glaube ich nach wie vor, dass wir dieses Gap, was wir hier haben vom 30.09. und der Schlusskurs war bei 53,31, dass wir uns mit dem in absehbarer Zeit beschäftigen. Ich habe euch Scheine mitgebracht. Diese Scheine sind unbedingt auf die Watchlist zu legen und jetzt einfach mal den Wert ein bisschen näher an sich ranlassen. Einfach beobachten, ihn mal sprechen lassen. Ich habe mich für diesen hier entschieden. 28,25. Im Moment ist der Hebel, für meine Verhältnisse ist es sehr gering, rund 5. 38,25 liegt noch hier drunter, da wo jetzt die Maus ist. Ich rechne damit, dass der Wert dementsprechend runterkommen sollte. Also es ist kein Long. Heute hier und jetzt ist es kein Long. Ich rechne damit, dass der Wert eher runterkommt und diesen Schein möchte ich mir gerne mal anschauen, wenn wir im Bereich bei 44,90 sind, 45. Und dann ist auch der Hebel dementsprechend größer. Wie gesagt, 38,25, ein unlimitierter Schein von der Unicredit, man mag es mit der Kennnummer HZ 8A27. Das ist dann für den Fall, wenn diese Korrektur kam, sich die Indikatoren insgesamt abgebaut haben, auch über den Oszillator und der Wert dann diese Marke hier, 48,62 mit Schlusskurs, überbietet. Dafür ist dann dieser Schein gedacht. Bei den Putz ist es jetzt so, ich als professioneller Händler, ich gehe da ganz, ganz hart ran. Der Höchstkurs heute war bei 49,18. Ich suche mir da einen Schein, der hat eine 50er Basis, um eventuell den Wert ein wenig nach unten zu spielen. Der Vorteil von diesem Inverted Umbrella Doji Shooting Star ist, dass er durch seinen Docht einfach den Stoppkurs vermittelt. Wenn ich einen 50er Schein habe, dann kann ich ihn bei 49,80 stoppen lassen und ich rette mein Aufgeld. Dann muss ich auch davon ausgehen, dass wir dieses ganze Gap, was wir hier haben, einfach schließen. Ich weiß allerdings, dass dieser Schein einen sehr hohen Hebel hätte, deswegen nenne ich ihn hier einen anderen. Und zwar einen mit der Basis 54,77. Da sind wir ungefähr da, wo jetzt die Maus ist. Der liegt also hinter diesem Gap. Weil oftmals haben diese Kurslücken, diese Gaps, die Angewohnheit, dass sie geschlossen werden. Das ist nicht immer der Fall. Soweit ich mich erinnere, haben wir im DAX Index selbst noch ungefähr 17 Gaps offen. Teilweise sehr große und die sind einfach noch nicht geschlossen worden. Also das muss nicht sein, aber da ist ein gewisser Magnetismus da. Ich rede von diesem Schein, hier ist ein Put 54,77. Das ist ein Open-End-Schein, im Moment mit einem Hebel von rund 7. Das ist die Kennnummer HR226M. Ich persönlich möchte gerne jetzt mal abwarten, was der Wert worgen macht. Ob dann dieses Verkaufssignal hier über die Stochastik greift oder nicht. Sie muss unter 80 sein. Ich werde ihn nicht short spielen. Das werde ich nicht machen, sondern ich werde dann warten, bis der Wert sich hier in der Nähe der 20-Tage-Linie befindet und dann eher zum Korn neigen. Ich wünsche ein Happy Trading und fette Beute. Bye-bye.